Aber wirklich in die Champions League kommst du dann nur, wenn dir die anderen helfen, weil sonst kommst du einfach irgendwo an so ein Limit, wo du sagst, okay, ich habe jetzt alles gemacht, was ich auf meiner Seite im Prozess optimieren kann, jetzt brauchen wir halt die anderen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0 der Experten-Talk für den Mittelstand. Wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, wie ihr aus einem guten Kundenservice ein exzellentes Kundenerlebnis macht, dann ist die heutige Podcast-Folge genau die richtige für euch. Ihr kennt ihn vielleicht schon, meinen heutigen Gast bei mir ist Simon Tonat, er ist Geschäftsführer und Gründer der Service Lobby GmbH. Schön, dass du heute da bist. Ja, ich freue mich. Wie immer an der Stelle für euch nochmal ganz kurz der Hinweis. Auch die Folge gibt es wieder bei YouTube als Video zu sehen. Schaut da gerne mal vorbei. Simon, es haben vielleicht nicht alle die erste Folge gehört. Falls nicht, gerne nochmal reinschauen. Ansonsten kannst du uns nochmal kurz erzählen, wer bist du, was machst du bei Service Lobby genau und was macht ihr eigentlich? Genau. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Service Lobby. Wir sind eine Boutique-Beratung, fokussiert auf Service und After-Sales. Da von A bis Z alles. Also von der Strategie-Definition über Digitalisierungs-Initiativen bis hin wirklich bei den Operations-Helfen, Prozess-Themen. Ich habe davor zwölf Jahre in der Industrie gearbeitet und bin jetzt mittlerweile seit sechs Monaten, seit sechs Jahren in der Beratung. Vier Jahre bei Roland Berger und jetzt eben knapp seit zwei Jahren unter eigener Flagge. Unter eigener Führung sozusagen. Sehr gut. Du weißt ja schon aus unserer ersten Folge, es gibt immer so eine kleine Frage zum Kennenlernen. Für die Folge habe ich mir natürlich noch was anderes überlegt. Und zwar würde mich interessieren, wie sieht für dich ein perfekter Tag aus? Ein perfekter Tag? Okay, da hast du mich jetzt irgendwie ein bisschen kalt erwischt. Puh, dann einfach aus dem Bauch raus. Perfekter Tag. Also ich kann auf jeden Fall mal ausschlafen. Das war bei mir früher mal bis 13 Uhr. Also eine Eule eher und keine Lerche. Nee, nee, es hat sich, also wir haben jetzt Kinder, es hat sich massiv geändert. Also ausschlafen ist es bei mir tatsächlich bis um neun. Und dann würde ich tatsächlich gerne ein bisschen rausgehen, ein bisschen an die frische Luft. Ich frühstücke nicht tatsächlich. Und dann, wie gesagt, mit meiner Kids, mit meiner Frau ein bisschen was machen draußen, Ausflug. Familienzeit quasi. Genau. Oder einfach mal ohne Agenda vielleicht einfach das, wo nach einem ist. Einfach in den Tag leben. Sehr gut. Das kann ich gut verstehen. Das würde ich auch so machen. Ich habe mir überlegt, dass wir so ein bisschen das Thema Service Excellence vielleicht so ein bisschen von hinten aufzäumen, das Pferd heute mal. Weil ich, glaube ich, einen ganz, ganz spannenden Punkt finde. So am Ende die Frage, welches Ziel hat Service Excellence in dieser Standarddefinition, sage ich mal, die man so zu diesem Thema hat. Ja. Oder hat es mehrere Ziele? Weiß ich gar nicht. Genau. Also warum man das Thema überhaupt angeht. Also, ja, da kann ich jetzt wieder mit einer Litanei starten, die ich dann auch meistens den Vorständen erzählen muss. Aber was halt den Leuten bewusst sein muss, die Produkte, also auf der Primärprodukte-Seite, die gleichen sich technologisch immer weiter an. Also, früher war es halt so, meistens gab es halt hier, speziell im schwäbischen Raum, irgendeinen Weltmarktführer und der hat Maschinen gebaut. Die waren um Längen besser wie alles andere, was es auf dem Markt gab. Dann gab es irgendwie in Fernost auch Maschinen. Die waren viel, viel günstiger, aber damit konnte man auch einfach keine Produkte derselben Qualität herstellen. Das ist mittlerweile anders. Also, auch die Maschinen aus China beispielsweise oder aus Indien, die sind sehr, sehr gut mittlerweile, technologisch auf Augenhöhe. Und dann ist halt die Frage, womit kann man jetzt so einen Preisunterschied von 30 Prozent rechtfertigen? Und das kann man halt wirklich damit, dass man eher in dieses Lösungsgeschäft geht, indem man eben nicht nur eine gute Maschine anbietet, sondern eben mit Service und Software drumherum wirklich so ein Gesamtpaket anbietet, das eben der andere nicht bieten kann. Also, das ist das eine, um sich halt wirklich auch zu differenzieren, vielleicht auch Services anzubieten, die die andere nicht anbieten können. Und was einem halt auch bewusst sein muss, was viele nicht auf dem Schirm haben, man muss sich überlegen, wer ist denn das Gesicht der Firma? Genau. Also, ganz viele sagen, ja, das ist der Vertrieb, weil die gehen ja raus und die verkaufen, die führen die Gespräche. Erstens reden die meistens mit anderen Leuten auf der Kundenseite als die im Service. Und man muss sich anschauen, also wenn wir jetzt wirklich so im Maschinenanlagenbau unterwegs sind, dann hat der Service mit Sicherheit fünfmal mehr Kontaktpunkte zum Kunden wie der Vertrieb. Und deswegen gibt es auch diesen abgedroschenen Spruch, jeder aus der Branche kennt den, die erste Maschine verkauft der Vertrieb, alle anderen danach der Service oder eben auch nicht. Oder auch nicht, ja. Und deswegen sollte das eigentlich ein, ja, sollte man eine intrinsische Motivation haben, eben einen guten Service zu bringen. Erstens verdient man damit auch sehr, sehr gutes Geld. Und zweitens kann man sich eben nachhaltig von der Konkurrenz auch differenzieren und sorgt eben dafür, dass die nächste Maschine wieder bei der eigenen Firma gekauft wird. Also einfach eine langfristige Kundenbindung, sag ich jetzt mal so, als Grundidee. Okay. Sehr cool. Was, sag mal, ich glaube, wenn das jemand hört, denkt er sich, ja, coole Idee, lass uns das machen. Genau. Was hindert die Unternehmen heutzutage noch daran, da richtig Gas zu geben in dem Bereich? Weil einfach sehr, sehr viel Aufwand. Also das ist kein Thema, wo man jetzt sagt, okay, wir stecken jetzt hier mal ein Team zusammen, fünf Leute, irgendwie unsere Redelsführer, die packen wir jetzt in den Raum, die sollen sich irgendwie einen Tag Brainstorming ausdenken, was sind die Themen und dann setzt man das in einem halben Jahr um. Und das ist wirklich eine Reise, die man gemeinsam gehen muss. Die kann man in Teilen auch nicht allein aus dem Service heraus stemmen, weil man dann eben auch noch seine ganzen Schnittstellenbereiche dazu braucht. Und das ist, wie gesagt, das ist wirklich eine gemeinsame Mission, an der muss man Jahre arbeiten, bis man dann eben auf diesem Level ist, dass man wirklich sagen kann, schau mal, hier sind wir gestartet und jetzt sind wir auf unserem Exzellenztreppchen wirklich signifikant zwei, drei Stufen nach oben gewandert. Und das ist was, was eben viele, viele unterschätzen. Also sie sind total gefangen im Tagesgeschäft und dann sagen sie, ja gut, eigentlich wäre es ja cool, wenn wir ein Ticketsystem hätten. Und dann sagen sie, ja, man könnte ja irgendwie ein Salesforce-Ticketsystem kaufen und einführen. Das haben wir doch in drei Monaten gemacht. So was dauert 18 Monate. Und dann hat man, dann hat man den Standard. Und dann fängt es erst an, dass man das customizt, auf die eigenen Prozesse anpasst. Also das ist ja nur eine Facette davon. Und es dauert Jahre, bis man da wirklich ein System hat, wo man sagt, ja, das passt jetzt perfekt zu uns und da können wir perfekt drin arbeiten. Okay, das heißt, das ganze Thema Service Excellence klingt dann jetzt, wenn du sagst, es dauert Jahre, auch bis man da auf einem Niveau ist, wo man dann auch wirklich von Excellence sprechen kann, sage ich mal. Das klingt für mich schon mal nach einem sehr strategischen Thema dann. Auf jeden Fall. Also das ist auch was, da braucht man den Rückenwind von der Geschäftsführung, weil man muss eben Geld investieren, man muss Ressourcen investieren, die man dann für andere Themen eben nicht hat. Also man muss da auch Prioritäten setzen. Und das geht nur, wenn man da das Top-Management hinter sich hat. Sonst wird man da irgendwann auf dem Weg dorthin versanden. Dann lass uns doch da gerne mal vielleicht tiefer reingucken. Also was ist Service Excellence? Und wie du sagtest, gerade schon so, okay, von welcher Seite des Unternehmens muss das getrieben werden, verantwortet werden? Was ist Service Excellence? Also wenn wir uns da über die DIN-Norm nähern, dann ist das relativ einfach erklärt. Da gibt es vier Level. Das erste ist, man hat einfach das Kernversprechen an den Kunden. Also ich bringe dir einen Service, ich repariere deine Maschine, ich warte die. Das ist der Standard. Das ist auch das, was jeder macht. Sobald er dem Kunden hilft, dann ist er da. Die nächste Stufe wäre dann proaktives Beschwerdemanagement, dass man dann eben mit diesen ganzen Feedbacks, die man jeden Tag bekommt, was hat an der Maschine nicht funktioniert, dass man eben anfängt, das auch in die Entwicklung zurückzuspielen. In der nächsten Maschinengeneration vielleicht diese Themen dann auch berücksichtigt. Das wäre der zweite Schritt, dass man proaktiv mit diesem Feedback arbeitet. Der dritte Schritt ist, dass man sich dann eher in dem Bereich bewirkt, dass man alle Kunden individuell betreut, also dass man da bewusst auch mehr Freiheitsgrade wiedergibt und nicht sagt, guck mal, wir haben hier einen Standardprozess, hier muss einfach jeder durch, egal wie. Das ist auch ein bisschen so ein Zwiespalt, wenn man über Exzellenz spricht. Natürlich braucht man irgendwo Standards, dass man das alles effizient handeln kann. Andererseits muss man eben auch versuchen, die Kunden individuell zu betreuen, dass sie sich einfach wertgeschätzt fühlen, dass sie sich ernst genommen fühlen. Und dann der wirkliche Schritt zu der Exzellenz ist laut dieser Definition dann, wenn man es schafft, die Kunden zu begeistern. Also wenn man nicht nur einfach ihre Wartungshaltung trifft, sondern dass man die übertrifft. Also das ist die ganz einfache Definition. Was das jetzt genau heißt, ist tatsächlich, soweit würde ich gehen, in jeder Branche ein bisschen was anderes. Also man kann halt, weiß ich nicht, in einem Sondermaschinenanlagenbau nicht dasselbe Service-Exzellenz-Level erwarten. Das erwarten auch tatsächlich die Kunden nicht wie, ich weiß nicht, bei einem Mercedes oder bei einem Daimler, die einfach jeden Tag tausende Interaktionen haben, die sehr, sehr hohe Stückzahlen haben. Das ist immer ein bisschen was anderes. Auch wie gesagt, viele arbeiten remote, andere arbeiten im Feld, bei anderen muss man die Teile einschicken oder die Produkte, dann werden die Inhouse repariert. Das ist immer, also es gibt so verschiedene Service-Archetypen und in jedem dieser Archetypen oder Geschäftsmodelle kann Exzellenz ein bisschen was anderes heißen. Das schwankt auch teilweise von Branche zu Branche. Also eine Pharma-Industrie, wenn das deine Endkunden sind, die verlangen was anderes wie Automotive. Und die verlangen wieder was anderes wie irgendwie Hersteller von… Medizintechnik oder so. Okay. Findest du dann die Norm trotzdem hilfreich, um dem Ganzen eine Struktur zu geben und sich dann auch, sag ich mal, bis zu einem gewissen Punkt zertifizieren zu lassen? Oder wer bewertet denn, ob meine Kunden jetzt begeistert sind oder nur zufrieden? Tatsächlich kann man sich vom TÜV, ich glaube seit ein paar Jahren, kann man sich genau dieser DIN-Spec zur Service-Exzellenz qualifizieren lassen oder auditieren lassen. Ich selber bin da ehrlich gesagt nicht davon überzeugt. Also ich glaube, man muss einfach immer schauen, in meiner Branche, wo stehe ich, wo habe ich heute meine Schwierigkeiten, wo stehen auch meine Konkurrenten, was ist mit unseren Mitteln in dieser Branche überhaupt realistisch realisierbar und dann muss man seine eigene Antwort finden. Also ich bin kein, also ehrlich gesagt, wenn mir einer sagt, ich bin TÜV, Service Excellence zertifiziert, dann sage ich, ja, was tun die da auditieren? Dann sagen die halt, hast du irgendwie so einen KVP-Prozess, den kannst du auf dem Papier haben. Und dann, wenn ich dann komme und sage, wir machen mal ein Service-Reifegrad-Assessment und ich gucke mal, wo du gut bist und wo schlecht, dann sage ich, okay, du hast einen KVP-Prozess, aber das und das und das und das, da gibt es ja noch einiges zu tun. Also nur, weil du das institutionalisiert hast, bist du jetzt nicht auf dieser Service-Exzellenz-Treppe eine Stufe nach oben. Das ist jedenfalls meine persönliche Meinung. Es geht quasi nicht unbedingt in deinen Augen um das Zertifikat, sage ich mal, sondern es geht nachher darum, wie sieht es in der Realität aus. Genau, es kommt auf das drauf an, was der Kunde am Ende des Tages spürt. Was soll er denn spüren? Also was wäre denn in deiner Definition oder in deinen Augen die richtigen Schritte oder die richtigen Maßnahmen, die man ergreifen könnte, um Service-Exzellenz zu erreichen? Oder sagst du, ist gar nicht so wichtig, dass man die Exzellenz-Stufe erreicht? Ja, das ist halt wirklich auch eine extrem schwierige Frage, wenn man einfach fragt, was ist Service-Exzellenz? Ich habe nicht gesagt, dass ich dir heute einfach mache. Und wie gesagt, auch wenn ich da jeden Tag in diesem Feld unterwegs bin, kann ich es dir gar nicht so genau beantworten, dass ich jetzt sage, der perfekte Service ist so. Weil nochmal, das ist sehr, sehr individuell und muss sehr individuell beantwortet werden. In der einen Branche heißt es halt, deine Ersatzteile müssen halt innerhalb von 24 Stunden beim Kunden sein, am nächsten Tag, egal wo der auf der Welt sitzt. Weil das ist einfach, andere schaffen es in zwei Tagen. Und wenn du halt der Exzellente sein willst, dann musst du es in einem Tag schaffen. Und in anderen Branchen ist der Kunde zufrieden, wenn das irgendwelche Einfertigungsteile sind, wenn das in der Woche geht. Das heißt aber auch, du würdest sagen, Service-Exzellenz hat auch mit dem Status-Quo innerhalb meiner Branche zu tun? Absolut. Wie definiere ich denn den? Also, kenne ich den? Kennen sich alle so gut, dass sie alle wissen, was die anderen machen in ihrem Service? Oder hat das viel mit Recherche nachher zu tun? Oder wie komme ich auf dieses, oder wie kriege ich raus quasi, was machen die anderen und wo kann ich besser werden? Genau. Oder ist das überhaupt der richtige Ansatz? Aus meiner Sicht muss man das auf jeden Fall wissen. Also, nochmal, wir machen ja das, also am Ende des Tages, die meisten von uns arbeiten ja in Wirtschaftsunternehmen. Also, wir sagen ja nicht, wir machen jetzt exzellenten Service als Selbstzweck, weil wir jetzt irgendwie Missionare sind und den besten Service der Welt machen wollen. Wir machen das, wie wir am Anfang ja angesprochen, zur Absicherung unseres eigenen Geschäfts. Und deswegen ist es schon wichtig zu wissen, was macht die Konkurrenz. Und dann ist es eben die nächste Aufgabe, sich zu überlegen, was müssen wir machen, damit wir da quasi die Nase voraus haben. Und das ist einfach Hausaufgabe, dass man zumindest von seinen direkten Kernkonkurrenten weiß, wie die unterwegs sind. Das kann man, also vieles kann man selber rausfinden, auch wenn man einfach mal miteinander spricht auf Kongressen und so, ist das tatsächlich gang und gäbe, wenn man auf die Homepage geht, dann weiß man auch, welche Services bieten die an. Dann kann man das mit den eigenen vergleichen. Dann weiß man noch nicht, wie die Erbringungsqualität ist. Und da kommen dann die Kunden ins Spiel. Also, ganz selten ist es so, dass Kunden wirklich nur bei dir kaufen und überhaupt nichts von der Konkurrenz haben, sondern die haben ja auch immer so Double-Sourcing, Multi-Sourcing. Frag einfach deine Kunden. Die werden dir immer sagen, die sind auch immer ein bisschen politisch motiviert, die werden dir immer sagen, ja, du bist viel zu teuer und zu schlecht und eigentlich musst du viel besser werden oder mit dem Preis runtergehen. Aber da muss man halt lernen, zwischen den Zeilen zu lesen, wo man denn jetzt tatsächlich die Nase voraus hat. Und wo sind die Schmerzpunkte. Genau, wo man hinten dran hängt. Und dann, also wenn man halt wirklich die Speerspitze bilden will, dann muss man halt auch ein bisschen aus der Eigenperspektive starten, dass man eben sagt, okay, vielleicht sind wir schon die Besten am Markt, aber wir wollen diese Position weiter ausbauen. Dann muss man sich einfach seine Prozesse anschauen und sagen, okay, wo aus Kundensicht haben wir welche Ergebnisse und was können wir machen, um da signifikant besser zu werden. Und dann muss man sich eben überlegen, okay, was kostet es uns das und steht es in irgendwie Relation zu dem Mehrwert, den es dem Kunden bietet oder können wir es vielleicht auch dann verkaufen, weil wir dann ein Preisprämium verlangen können. Und das ist halt dieser, ja, dieses Battlefield, das man da hat. Also da gibt es nicht die eine richtige Antwort, sondern das muss man ganz individuell beantworten. Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn ihr die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, spannend findet, dann habe ich da noch einen ganz heißen Tipp für euch. Schaut unbedingt bei lmobile.com slash Veranstaltungen vorbei und meldet euch für eins unserer zahlreichen Online-Events an. Ihr könnt von überall aus teilnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Okay, aber das heißt, es gibt so drei Bereiche, sage ich mal, in denen man das angehen kann. Das eine wäre das Thema Wettbewerb, analysieren und verstehen. Wie sieht es aus? Mit den eigenen Kunden sprechen. Ist immer eine gute Idee, sage ich mal, aber in dem Kontext nochmal besonders wichtig. Und dann, wie du gesagt hast, auch die eigene Motivation nochmal zu hinterfragen. Warum wollen wir das eigentlich erreichen? Was können wir da vielleicht generell tun bei uns in der Organisationsstruktur? Vielleicht, was ich noch ergänzen würde, eben auch mal ein bisschen links und rechts über den Tellerrand hinausschauen. Also nur, weil ich jetzt, keine Ahnung, Verpackungsmaschinen für den, weiß ich nicht, Food-Bereich mache, kann ich ja trotzdem auch mal schauen, was man im Maschinenbau in anderen Branchen macht. Also an welchen Themen arbeiten die? Was haben die für Service-Level ihren Kunden angeboten? Was sind deren Reaktionszeiten? Was für digitale Tools haben die implementiert? Und dann halt bewerten, ob man das jetzt auch auf den eigenen Case übertragen kann, ob das Sinn macht. Was würdest du denn sagen, ist so eine besonders gute Idee, wenn man Richtung Service Excellence geht? Wo soll man ansetzen, wenn man, also wir haben diese Bereiche definiert, aber ich sage mal, das ist ja auch relativ groß und relativ viel Arbeit. Wie viel Zeit muss ich da vielleicht auch dafür berücksichtigen oder mir nehmen? Also was ist da? Also wenn du wirklich so ein 360-Grad-Assessment machen willst, es kommt ja immer darauf an, wie man das angeht. Also ich sage mal, es gibt diesen Aspekt Service Excellence, was der Kunde sieht. Also das ist dein Portfolio. Was für Services biete ich an? In welcher Qualität? Was sind so die Service-Levels, die ich bieten kann? Und das Zweite, was der Kunde spürt, ist dann halt die Erbringungsqualität. Also wie gut ist mein Field Service? Wie gut sind meine Inhouse-Reparaturen? Wie stark ist meine Hotline? Wie gut ist meine Ersatzteilversorgung? Das alles, das spürt er im täglichen Geschäft mit dir in der Interaktion. Aus meiner Sicht gibt es dann aber quasi auch noch eine Innensicht. Also wie ist zum Beispiel meine Pricing Excellence? Also schaffe ich es, marktgerechte Preise zu definieren? Wie sieht denn mein Vertrieb aus? Wie sieht meine ganze Service-Organisation aus? Der ganze Management-Apparat? Habe ich alle Funktionen, die ich brauche unter der eigenen Verantwortung? Habe ich eine klare Strategie? Kennt die jeder? Dass man eben auch sicherstellt, dass alle in die richtige Richtung arbeiten. Wie sieht mein Service-HR aus? Also habe ich Strategien, wie ich Talente für den Service gewinnen kann? Wie ich die eben weiterentwickeln kann? Nicht nur fachlich, sondern auch methodisch bei den Social Skills und so weiter. Und das ist was, das sieht der Kunde überhaupt nicht. Aber aus meiner Sicht gehört das eben auch dazu, weil das eben das Fundament ist, auf dem man dann halt exzellente Prozesse aufbauen kann. Und es ist ja tatsächlich auch, deswegen finde ich es jetzt wieder spannend mit dieser Norm, von der du vorhin gesprochen hast, mit der DIN-Norm. Die berücksichtigt das ja im Prinzip gar nicht. Also da geht es ja tatsächlich um das, was sieht der Kunde, was bekommt der Kunde und wie fühlt sich der Kunde? Eben, die ist halt aus meiner Sicht ein bisschen eindimensional. Klar, du hast schon dieses Organisatorische auch drin mit diesem proaktiven Beschwerdemanagement, dass man eben die Feedbacks auch nutzen muss, um dann beispielsweise in die Neuentwicklung reinzugehen, um die eigenen Prozesse KVP-mäßig anzugehen. Aber das ist halt nur dieser eine Aspekt. Ich wollte gerade sagen, aber die Service-HR fand ich jetzt gerade zum Beispiel einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Weil das hatten wir auch in der Folge vorher schon mal, die wir besprochen haben, wo wir gesagt haben, okay, Fachkräftemangel ist ein Thema. Also da kann sich heute auch keiner mehr davor verstecken. Genau. Und gerade da ist es natürlich auch wichtig, wie kann ich langfristig mein Service-Team auch aufbauen, halten und so weiter. Und das ist für mich halt einfach in dieser DIN-Norm, die ist ein bisschen theoretisch. Aber wenn jetzt mich halt einer fragt, ja, was muss ich jetzt machen, um einen exzellenten Service zu machen? Da haben wir zum Beispiel bei uns in der Service-Lobby, wir haben so ein Reifegrad-Modell entwickelt, das hat fünf Dimensionen und in jeder Dimension nochmal fünf Unterdimensionen. Und dann gibt es einen Fragenkatalog mit 200 Fragen. Macht ihr dies? Macht ihr das? Was kommt da raus? Was ist eure Ersatzteilverfügbarkeit? Bob, 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 bob. Und dann kann ich dir sagen, okay, in der Dimension, fünf ist Champions League, eins ist Kreisklasse, da bist du jetzt bei einer Drei oder bei einer Vier oder einer Fünf. Und dann kann man ganz klar ableiten, okay, dein individuelles Setup sieht jetzt so aus, was haben uns denn die Kunden gesagt, wo die die Hauptschmerzpunkte sehen? Und dann kannst du eine individuelle Strategie ableiten, was sind jetzt die Themen, die wir in diesem Unternehmen angehen müssen, um eben besser zu werden? Und die Antworten, die sind ganz unterschiedlich, weil auch jede Firma anders aussieht. Also du kannst nicht sagen, ich habe hier mal so ein Service-Excellence-Projekt gemacht und jetzt gehe ich zum nächsten Kunden, Copy-Paste, hier, bumm, hier sind die 20 Maßnahmen. Ich mache noch ein anderes Logo oben auf die Slide, fertig ist das Projekt. Das musst du dir wirklich ganz individuell anschauen, weil die Grundvoraussetzungen einfach ganz anders sind. Und auch Organisationen sind ganz anders strukturiert. Mal gibt es den Service in der eigenen Gesellschaft, mal ist der in der Produktion, eine Unterabteilung, dann hast du ganz andere Probleme. Dann hast du jedes Mal ein anderes IT-Backbone, mal hast du SAP, mal hast du irgendwie ein anderes ERP-System, mal hast du ein Ticketsing-System, mal hast du keins, mal ist es voll integriert, mal nicht. Du hast immer andere Themen, wenn du jetzt sagst, ich will besser werden. Und deswegen finde ich diese Norm … Vielleicht ein bisschen begrenzend. Ja, die ist halt einfach von der Flughöhe so, also nicht mal Helikopter, sondern so Space-Shuttle-mäßig. Also die hilft mir jetzt nicht, um zu wissen, was muss ich machen. Okay. Dann ist immer gut, dass wir heute nicht die DIN-Norm hier haben, sondern dich, der ein bisschen mehr aus der Praxis erzählen kann. Du hast jetzt schon mehrfach so ein bisschen rausklicken lassen. Ich glaube, wenn man hört zu Service-Excellence und man hat sich mit dem Thema nicht beschäftigt, da würde ich jetzt davon ausgehen, ja, das betrifft halt das Service-Team hauptsächlich. Klar, es gibt immer mal Schnittstellen zu verschiedenen Bereichen, aber es ist so ein Thema, wo das Service-Team am Ende verschiedene Dinge eben bearbeiten muss. Jetzt haben wir schon das Thema HR so ein bisschen als Schnittstelle gehabt. Und wir haben ja auch schon gesagt, es ist eigentlich eine Management-Strategie, auch eine langfristige Entscheidung, ist nichts, was ich von heute auf morgen umsetzen kann. Ich finde, das klingt relativ global. Ist das auch tatsächlich ein sehr globales Thema für das ganze Unternehmen? Ja, ja. Das ist ein hochkostfunktionales Thema und das bringt eben auch die Komplexität rein und deswegen geht da viel nicht schnell. Es gibt schon Themen, die kann man im Service angehen. Also ich würde jetzt auch nicht immer sagen, okay, wenn wir besser werden sollen, müssen sich erstmal alle anderen Geschäftsbereiche irgendwie bewegen, bevor ich im Service mal einen ersten Schritt tun kann. Man kann ganz, ganz viel auch innerhalb vom Service machen, aber um die ganz großen Themen anzugehen, ist das immer ein kostfunktionales Thema. Also wenn du zum Beispiel sagst, wir müssen die Maschinen servicefreundlicher designen, also Design for Service ist zum Beispiel auch so ein Aspekt, das geht nur mit der Entwicklung. Und dann bist du in den Maschinenentwicklungsprojekten drin. Das ist ein Riesenthema. Ein Riesenthema. Und da musst du dir überlegen, okay, wie kommen wir da mit unseren Service Requirements, wie kommen wir da rein, dass das berücksichtigt wird. Wenn du sagst, Ersatzteilverfügbarkeit ist ein Thema, da müssen wir noch besser werden. Da kannst du viel selber machen, indem du dein Lager optimierst. Aber vielleicht hast du gar kein eigenes Servicelager, vielleicht teilst du dir das mit der Produktion, musst du das mit denen gemeinsam machen. Oder selbst wenn du eins hast und dann sagst du, ja, aber mein größter Schmerzpunkt heute ist irgendwie Altteile und da brauchst du halt den Einkauf, um da mit den Zulieferern irgendwelche Sachen auszuhandeln. Das kannst du auch wieder nicht alleine machen. Und ganz wichtige Schnittstelle, was oft vernachlässigt wird, ist eben auch der Vertrieb. Also man kann nicht sagen, ja, der verkauft einfach nur die Produkte und dann zieht er von dann und dann übernimmt der Service irgendwie die nächsten 10, 15 Jahre. Wenn du richtig gut sein willst, dann musst du von Anfang an schon geschlossen auftreten, weil was man, gerade um nochmal eine Referenz auf diese DIN-Norm zu bauen, das heißt am Schluss, wenn du ins Exzellenz-Level rein willst, dann musst du deine Kunden begeistern. Das heißt, er hat eine gewisse Erwartungshaltung, wenn du die triffst, dann ist er zufrieden, also nicht begeistert, aber dann ist er zufrieden, ist okay. Schon mal besser als unzufrieden. Ja, wenn du ihn begeistern willst, musst du irgendwie da rüber. Wenn jetzt aber zum Beispiel Vertrieb und Marketing schon sich hinstellen und sagen, ja, sie müssen sich überhaupt keine Sorgen machen, wir im Service, wir sind die absolut Größten, wir können alles so per Fingerschnips, alles ist innerhalb von drei Stunden geregelt, das ist dann die Erwartungshaltung. Gegen die wird man gemessen, da kann man nur verlieren. Das hat dann mit Exzellenz nichts mehr zu tun, ja. Genau, dann kommst du überhaupt gar nicht auf diesen Punkt, dass du die Erwartungshaltung übertreffen kannst, weil davor einfach schon eine Erwartungshaltung geschürt wurde, die komplett unrealistisch ist. Also deswegen auch mit dem Vertrieb muss man sich zusammentun, weil sonst schafft man es nicht, dass man eine Gewurz, also man muss ja Marketing betreiben, also man braucht aber eine gesunde Erwartungshaltung. Und dann hat man eben die Chance, punktuell da ein bisschen drüber rauszugehen, indem man halt die Extrameile geht und dann hat man begeisterte Kunden, dann gehen wir einen guten Schritt Richtung Service Excellence, aber es geht nur gemeinsam. Das heißt, Kommunikation ist in dem Fall auch wichtig. Extrem. Wie du sagst, du willst ja die Kunden nachher nicht anlügen, also wenn ich es in drei Stunden schaffe, möchte ich ja auch nicht sagen, ja ich schaffe es nur in fünf, damit ich es dann immer in drei schaffe, das ist ja vielleicht dann auch nicht der richtige Weg. Aber das ist halt so der Spagat, du kannst halt nicht sagen, wir schaffen es in einer Stunde, dass der Kunde unterschreibt und dann reißt du das jedes Mal, dann sind wir halt unzufrieden. Dann hast du ihm was versprochen, was du nicht leisten kannst. Aber das ist nur ein Beispiel, ich wollte ja nur ein bisschen herausarbeiten, das ist, also wenn du es halt, also wenn du wirklich in die Champions League kommen willst, dann geht es nicht mehr nur aus dem Service. Dann ist es wirklich ein cross-funktionales Thema, ohne IT geht gar nichts, wenn du in die, sag ich mal, komplexeren Geschäftsmodelle reingehst, dann hast du immer Legal dabei, da kannst du auch nicht einfach sagen, ja machen wir einfach mal. Aber das ist auch was, was mich am Service begeistert, weil wenn du dir so ein Unternehmen anschaust, aus so einem produzierenden Unternehmen, dann ist aus meiner Sicht der Service der spannendste Bereich, weil der am vielschichtigsten ist. Deswegen arbeitest du wahrscheinlich auch in dem Bereich. Genau, du hast halt die Hotline, du hast den Field Service, du hast dieses ganze Ersatzteil-Universum mit irgendwie weltweiter Logistik und Warehouse-Hubs und so weiter. Du hast ein Produktmanagement, du hast einen Servicevertrieb und wie gesagt, wenn du das dann wirklich auf so ein Excellence-Level heben willst, dann musst du ganz viel in deinen eigenen Strukturen und Prozessen anpassen, aber wirklich in die Champions League kommst du dann nur, wenn dir die anderen helfen, weil sonst kommst du einfach irgendwo an so ein Limit, wo du sagst, okay, ich habe jetzt alles gemacht, was ich auf meiner Seite im Prozess optimieren kann, jetzt brauchen wir halt die anderen. Ist es dann über, sorry. Und da, nur um den Gedankengang fertig zu machen, da ist dann halt wieder dieser Schulterschluss. Deswegen brauchst du auch das Top-Management dahinter, weil du kannst ja dem Einkauf nicht rein diktieren, dass deine Themen jetzt wichtiger sind wie die anderen Themen. Das wollte ich jetzt gerade nochmal sagen. Das heißt aber dann nachher auch, dass ich quasi keine reine Service-Excellence-Strategie eigentlich fahren kann, sondern eine Service-Excellence ist quasi nachher ein Outcome einer globalen Unternehmensstrategie. Das ist quasi das, was der Kunde spürt. Du bist im Service dann halt die Speerspitze, aber das ganze Unternehmen braucht eine Service-Kultur und muss sich kundenzentriert aufstellen. Wenn das nicht der Fall ist, wirst du nie in die Champions League kommen können. Das geht einfach nicht. Also da wirst du irgendwann dann deine Blocker finden, wo du einfach nicht mehr weiterkommst. Und wenn du da einen Schritt drüber raus willst, dann ist das eine gesamtunternehmerische Aufgabe. Das heißt aber dann auch, um jetzt da mal wieder ein bisschen tacheles zu reden, ich brauche dafür Zeit. Das ist das eine Thema. Ich brauche dafür Geld und ich brauche auch am Ende die Ressourcen dafür. Also vor allem eigentlich nachher die Menschen, die das dann auch umsetzen. Wie würdest du diese drei Komponenten, das ist ja immer so das klassische Dreieck auch bis zu einem gewissen Punkt, wie würdest du das einschätzen rund um das Thema und sag mal auch mit was für, also wo entstehen nachher dann auch tatsächlich Kosten, mal abgesehen von Absprachen, Meetings und so weiter. Ja, also reale Kosten werden eben entstehen, wenn du Richtung Digitalisierung was machst, weil dann wirst du da Hebel, Maßnahmen und Tools einführen, die du davor nicht hattest. Das sind Mehrkosten. Die werden auch unterm Strich zu Buche schlagen. Das muss es dir einfach wert sein. Du brauchst eben, also für so ein Thema auf jeden Fall zwei, drei Ressourcen dann auch im Service, die dieses Projekthaft treiben. Also du brauchst quasi so ein, klingt böse, aber so ein Wasserkopf an Projektleitern, die halt diese ganzen Themen treiben. Das können nicht die normalen Führungskräfte während dem Tagesgeschäft oder die operativen Leute aus dem Service. Dafür ist es einfach zu mächtig. Und die anderen Sachen, wo es dann Geld kostet, das würde ich ein bisschen außen vor lassen, weil das kriegst du wieder rein durch Effizienzen und eben auch dann neue Geschäftsmodelle, Wachstumschancen. Also, dass du dann halt mehr Leute brauchst. Oder zum Beispiel, dass du mehr, dass du dein Lager aufbauen musst, um eine bessere Verfügbarkeit von Ersatzteilen zu haben. Das kriegst du, also das zahlt dir am Ende der Kunde. Das sieht auf dem Papier erstmal so aus, als ob du da was investierst, aber das ... Das investiere ich nachher auch mal wieder mehr auf. Genau, das packst du ins Pricing oder weil du eine höhere Verfügbarkeit hast, wird mehr bei dir gekauft. Also, die Kosten fallen rein faktisch nicht an oder sie werden auf jeden Fall kompensiert. Aber wo du auf jeden Fall mehr Kosten haben wirst, die du dann halt auch siehst, ist IT und Personal. Du hast vorhin schon das Thema angesprochen, dass zufriedene Kunden schön sind, begeisterte Kunden aber noch besser sozusagen. Kannst du vielleicht mal so ein, zwei konkrete Beispiele machen, an welchen Punkten man nachher Kunden wirklich begeistern kann? Hast du da irgendwie vielleicht mit dem Kunden schon mal was ausgearbeitet, wo danach, also mit einem Kunden von euch sozusagen, wo danach dann deren Kunden gesagt haben, ja, genau so und nicht anders? Ja, also es kommt, wie gesagt, sehr, sehr auf die Branche drauf an. Was jetzt in der einen Branche absolut gang und gäbe ist, kann schon in der anderen Branche für einen Wow-Moment zeugen. Also, was wir zum Beispiel mal gemacht haben, ist, dass wir einen Expertenwartungsservice aufgesetzt haben. Davor hatten die halt einfach normale Wartungsdienstleistungen, waren im Bereich Automotive unterwegs, haben die Kunden immer gesagt, ja, du, also wir haben irgendwie selber 50 Instandhalter, was haben wir jetzt irgendwie mit Wartung? Ja, da müssten wir unsere Leute irgendwie freistellen, weil die brauchen wir nicht, das ist ja deren Geschäft. Und dann haben wir eben wirklich an der Maschine entlang punktuell wirklich rausgearbeitet, was sind da so richtig technisch knifflige Sachen, die die auf jeden Fall nicht so gut können wie wir und haben so einen Experten-Service daraus generiert und haben das dann eben auch mit den Kunden durchgesprochen. Und das fanden die dann extrem gut, weil sie gesagt haben, also haben wir euch gar nicht wahrgenommen. Wir haben euch eigentlich so als Konkurrenten zu unserer eigenen Instandhaltung wahrgenommen und dann ist das so Make-or-Buy-Entscheidung und Betriebsrat und das wollten wir gar nicht machen. Aber das Thema, das ist ja sensationell gut, weil dann ist halt die… Damit können wir richtig was anfangen. Genau, die Lifetime wird verlängert, die Präzision der Maschinen wurde verbessert und es gibt intern keine Diskussion, ja, warum werden die jetzt beauftragt, könnten wir ja selber machen. Das war zum Beispiel was, das hat den Kunden begeistert. Das war jetzt nicht die Leistung an sich, dass sie gesagt haben, boah, wie er das jetzt repariert hat, aber das war halt dann zum Beispiel Service Excellence auf der Service Portfolio-Seite, wo sie wirklich sagen, das ist was, das haben die anderen nicht, super cool, darauf haben wir gewartet. Und vielleicht auch tatsächlich genau dieser Punkt, den du gerade angesprochen hast, so das, was sie selber abdecken können, wurde dadurch nicht gefährdet, sondern quasi eher durch einen Mehrwert ergänzt quasi. Ja. Ja, cool. Aber wie gesagt, das ist sehr, sehr individuell. Das war jetzt dann so eine Innovation auf der Portfolio-Ebene, die den Kunden begeistert hat. Bei anderen kann es sein, wie gesagt, der ist seit Jahren gewohnt, er sitzt in China und du hast halt deine Hotline-Rufbereitschaft, 7 bis 16 Uhr deutsche Zeit und plötzlich hast du gesagt, ja, wir haben ja eigentlich in Indien auch noch welche sitzen und wir haben in Amerika welche sitzen, jetzt lass uns nochmal 24-7 machen und dann werden die … Weitergeleitet. Genau, dann werden die einfach durchgeroutet und wir organisieren dann die Hotline in der Triade. War relativ einfach zu machen, weil die Leute waren ja da, aber davor hat halt jeder so seinen Markt und dann hat er gesagt, so, jetzt ist Feierabend, jetzt kann es halt keinen mehr erreichen. Dann haben wir es organisiert, dass das durchgeroutet wird. Fanden die Kunden sensationell. War relativ einfach zu machen, also das ist vielleicht auch wichtig, also nicht alles, was man da macht, kostet Unmengen Geld. Viele Sachen sind auch einfach organisatorisch anders abbildbar und dann hat man halt wirklich schon aus Kundensicht einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Und man muss sagen, in der Branche war es halt so, die waren der Platzwisch, die anderen sind ein bisschen kleiner, die haben eben alles aus der Zentrale gemacht, die könnten dann nur so einen Dreischichtbetrieb aufbauen. In der Hotline lohnt sich finanziell nicht, also sind die da auf Jahre jetzt in dem Aspekt um Längen besser wie alle anderen. Schon mal richtig gut aufgestellt. Ja, cool. Sehr schön. Vielen Dank für die Beispiele. Ich habe mich ja auch noch ein bisschen schlau gemacht auf eurer Website mal rein rund um das Thema, einfach um auch ein bisschen das besser zu verstehen. Was ich noch einen spannenden Aspekt fand, ist, das zieht sich eigentlich auch durch das Thema Digitalisierung mal ganz generell durch, ist so dieses, dass es eher nachher ein zyklischer Prozess ist. Also es ist nicht so ein, ich fange jetzt hier an, dann mache ich diese 15, 20 Schritte und dann bin ich fertig und dann habe ich es geschafft, sondern es ist eher ein iteratives System, sage ich mal, wo ich immer wieder an den Punkt komme, wo ich etwas analysiert habe, gemacht habe und dann komme ich wieder zurück und setze es um. Kannst du dafür vielleicht auch das nochmal ein bisschen konkreter ausformulieren? Ist es dann eher so ein Never-Ending-Story oder ist es eher ein Potenzial, was da drin steckt? Tatsächlich, also nicht zur Konsequenz ist es eine Never-Ending-Story, weil alles entwickelt sich weiter. Also auch die technischen Möglichkeiten gehen ja immer weiter. Also was ich jetzt sagen würde, was heute reicht, um in der absoluten Champions League zu spielen, ist in zehn Jahren vielleicht Standard und dann muss man halt da schon wieder einen Schritt weiter gegangen sein. Also auch da ist, wie bei vielen anderen Themen, ist ja im Service, also es geht ja darum, Exzellenz zu erreichen, exzellente Prozesse, exzellente Strukturen, exzellente Produkte. Das ist ja in anderen Bereichen genau dasselbe. Also du hast da den typischen Deming-Zyklus, Plan, Do, Check, Act. Also wo sind wir heute gut, was müssen wir machen, um besser zu werden? Durchführen, dann wieder Kontrolle und dann geht halt der nächste Zyklus los. Deswegen, ich bin auch kein Fan davon zu sagen, wir machen jetzt hier ein Service-Excellence-Projekt, wir haben uns jetzt hier irgendwie 46 Maßnahmen überlegt und jetzt sind wir da die nächsten zehn Jahre beschäftigt. Also so ein Plan ist schon gefühlt zum Scheitern verurteilt, weil auf dem Weg dorthin verändert sich schon so viel. Also ich würde mir das immer so in Jahresscheiben runterschneiden. Also was nehme ich mir jetzt die nächsten zwölf Monate vor? Und wenn es nur zwei oder drei Maßnahmen sind, dann sind es nur zwei oder drei, aber die dann eben durchziehen. Und dann geht es in den nächsten Zyklus. Das ist sehr, sehr viel erfolgsversprechender als mit so einem Big Bang. Und dann hast du eine Organisation, die, wie gesagt, eigentlich schon im Tagesgeschäft absäuft. Und dann kriegst du so einen Plan hingelegt, ja, wir haben uns hier 46 Maßnahmen ausgedacht. Das machen wir jetzt irgendwie nebenher in den nächsten zwei Jahren. Und jetzt noch zehn Neuerungen ab diesem Monat oder sowas, ja. Da ist halt auch schwierig, manchmal braucht es auch das, um irgendwie so festgefahrene Strukturen und die Mannschaft eben auch aufzurütteln, um Momentum aufzubauen. Dann kann man deswegen mir mal zwei Jahre machen. Aber du, also dieses Stressmoment kannst du nicht zehn Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre durchziehen, sondern dann würde ich es mir immer in so Jahresscheiben runterschneiden und dann lieber weniger machen, aber das dann durchziehen. Mäßig, aber regelmäßig. Sehr gut. Wie komme ich denn von der ganzen Planung, von der Vorbereitung, von den Ideen, von meinem vielleicht auch dann Jahresplan, dann nachher tatsächlich konkret in die Umsetzung? Also wie kriege ich diesen Schritt hin? Man sagt ja immer so dieses einfach mal machen, das ist ja schön und das wünscht sich, glaube auch jeder, aber wie kriege ich das dann nachher hin? Oder ist das gar nicht mehr so das Problem, wenn die Ideen erstmal da sind? Du hast schon immer diese Konkurrenzsituation zum Tagesgeschäft. Und natürlich der Kunde, der jetzt anruft, weil seine Maschine steht, der ist halt auch wichtiger, wie irgendwie, weiß ich nicht, einen neuen Service zu entwickeln. Weil dem musst du jetzt helfen, dafür bezahlt er dich. Das ist auch seine Erwartungshaltung, die er an den Service und auch an das Unternehmen hat. Wie komme ich aus dem Spannungsfeld raus? Ich glaube, du brauchst tatsächlich, auch wenn es blöd klingt und nach so Berater geschwätzt, du brauchst da eine richtige Projektstruktur. Also du brauchst da einen Lenkungskreis, dann brauchst du verschiedene Maßnahmen verantwortlich, nicht nur einer, der dann irgendwie alles machen soll. Und dann musst du über dieses Thema alle zwei oder vier Wochen reden. Und dann kann man mal entschuldigen, ich konnte vier Wochen nichts machen, wegen, wegen, wegen. Aber das kann keiner dann sechs Monate durchziehen. So schaffst du es halt, dass da noch ein Momentum da bleibt. Und am besten gibt es halt auch so einen Lenkungskreis, wo dann auch die Geschäftsführung mal irgendwie einmal im Quartal draufschaut. Auch da kannst du dann irgendwie einmal sagen, ja, wir hatten da irgendwie ein Problem XY, deswegen konnten wir da nicht weitermachen. Das kannst du aber nicht ein Jahr lang durchziehen. Also ohne da jetzt jemanden in die Pfanne hauen zu wollen, aber das sorgt halt für eine gewisse Stringenz und Commitment. Weil sonst, wie gesagt, konkurriert es immer gegen das Tagesgeschäft und verliert. Würdest du sagen, wenn man nicht kann oder nicht bereit ist, so einen Lenkungskreis oder so ein, sag mal, auch so diese Ressource auf personeller Seite zur Verfügung zu stellen, dass man dann lieber gar nicht damit anfangen sollte? Oder ist es halt so, dass du sagst, wenn man wirklich diesen, wie du sagst, du hast jetzt immer Champions League gesagt. Wenn jetzt alle total intrinsisch motiviert sind und sagen, jawohl, wir gehen voran. Und ich gehe da jeden Tag irgendwie noch die Extrameile. Dann bräuchtest du das auch nicht. Dann wären ja alle motiviert. Wenn du dich dann auf den gemeinsamen Weg verständigt hast, dann rennen ja alle in die richtige Richtung. Das gibt es aber in Realität nicht. Also deswegen würde ich schon sagen, also wenn du da kein vernünftiges Projekt aufsetzt und wenn es dir dann auch von der Geschäftsführung nicht wert ist, dich da alle drei Monate mal zu dem Thema zusammenzusetzen oder dann da auch mal Entscheidungen zu fällen, das ist ja genau sowas. Also man kann ja immer die Leute beschäftigt halten, aber irgendwann gibt es so Punkte, da muss man jetzt entscheiden, machen wir das oder machen wir das nicht. Und wenn sich dann auch so das Management nicht entscheiden will, dahinter lässt man dann irgendwann auch verbrannte Erde. Dann haben die Leute keine Lust mehr da mitzumachen. Aber also wenn einem das die Zeit nicht wert ist, dann wäre ich tatsächlich geneigt zu sagen, dann fang erst gar nicht an, weil dann kommt eh nichts raus. Das wird irgendwann einfach im Sande verlaufen. Dann schau einfach, dass du in deinem Tagesgeschäft so gut, wie es die Rahmenbedingungen halt zulassen, dein Geschäft machst. Gibt es da noch andere Faktoren, die da Einfluss drauf haben, dass es sich eben nicht im Sande verläuft? Also klar, eine Mannschaft, die sich aktiv drum kümmert, ist mit Sicherheit schon mal ein wichtiger Punkt, das Management, das eben am Ball bleibt und vielleicht auch mal aktiv nachfragt, wie sieht es aus, wo sind wir gerade, was sind die nächsten Schritte? Gibt es noch andere Faktoren, wo du sagst, die müssen auch gegeben sein, damit das Ding sich nicht verliert? Also wenn wir wieder so ein Beispiel nehmen, Servicebereich mit 100 Leuten. Ich glaube, ich hatte es auch in der letzten Folge schon mal gesagt. Du brauchst dann halt auch Mitarbeitende, die sich auf so ein Thema konzentrieren können. Also wenn das alle immer neben dem Tagesgeschäft nebenher machen müssen, das ist halt schwierig, weil die brauchen dann auch immer nochmal jemand anderen dazu und dann hat der keine Zeit. Also du musst dann da halt wirklich auch so einen Projektleiter haben. Also wenn du wirklich sagst, wir haben jetzt so eine Exzellenzinitiative über zwei, drei Jahre, die brauchen Projektleiter und das ist ein Fulltime-Job. Also das ist nicht so was, ja, ich bin irgendwie Hotliner und nebenher innoviere ich jetzt noch den kompletten Service, das ist ein Fulltime-Job. Und da musst du bereit sein, das auch zu investieren, sonst wird es halt schwierig. Wenn es jetzt eine ganz, ganz kleine Einheit ist und da sind nur zehn Leute im Service, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das dann einer irgendwie nebenher macht, aber dann muss der halt auch in seinem Geschäft 30 Prozent freigestellt werden für dieses Thema. Sonst wird es einfach untergehen. Okay. Gibt es denn rund um das Thema Service-Exzellenz jetzt noch irgendwie einen Punkt, wo du sagst, den haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, der wäre dir aber besonders wichtig oder aus deiner Erfahrung heraus ist das immer ein Punkt, an dem man auch nicht vorbeikommt? Oder sagst du, wir haben so die Basics ganz gut abgedeckt jetzt? Nee, ich glaube, wir haben uns so ganz gut durch das Feld durchgearbeitet. Und ich habe ja, glaube ich, jetzt schon zwei, dreimal gesagt, also rein von dieser Norm oder auf die Idee, ich lasse mir da jetzt ein Zertifikat vom TÜV geben, da würde ich Abstand nehmen, sondern das ist wirklich was, das muss man sich individuell für seine Firma überlegen. Das braucht Zeit, das braucht Ressourcen und das braucht halt auch Wille. Und ich glaube, es ist halt auch eine Aufgabe, wo du alle mitnehmen musst. Also du hast auch wieder dieses Change-Thema. Und was hilft ist, dass du eben dann eben auch möglichst viele Leute einbindest. Also angenommen, du hast halt zehn, zwanzig Maßnahmen, die sollten nicht alle bei einem sein, sondern halt möglichst dann vielleicht auch bei fünf oder zehn verschiedenen. Einfach, dass du auch da ein Team hast, die sich dann gegenseitig auch mal hochziehen können, weil es wird da immer Täler der Tränen geben, durch die man sich irgendwie durchkämpfen muss. Und wenn das der Serviceleiter mit so einem freien Radikal ist, die da alles irgendwie zu zweit machen wollen, dann gibt es halt einfach Frustmomente. Und wenn man das schafft, quasi mehr Leute mit einzubinden, auch wieder so ein Projektmanagementspruch aus Betroffenen eben Beteiligte machen, dann hat man eben die Chance, dass dieses geteilte Leid halt wirklich nur das halbe Leid ist und dass man da gemeinsam marschieren kann. Und weil am Ende des Tages, nochmal, wenn du halt wirklich in diese Champions League gehen willst, dann sind es nicht nur Prozessthemen, dann sind es nicht nur Strukturthemen, sondern dann ist es auch ein Mindset-Thema. Also wie jeder jeden Tag mit den Kunden interagiert und dann musst du eh die ganze Mannschaft mitnehmen. Und das ist alles, das wird auch ein bisschen vernachlässigt manchmal. Du hast mir schon im Briefing vor dem Podcast gesagt, dass du das Thema mit sehr, sehr vielen immer durchsprichst. Deswegen will ich jetzt gar nicht so sehr stressen. Aber jetzt quasi nur inhaltliche und fachliche Maßnahmen zu setzen, ist da ein bisschen kurz gesprungen. Weil wenn du halt wirklich diesen Weg Richtung Service Excellence gehen willst, dann musst du es schaffen, dass das in den Köpfen von allen Mitarbeitenden passiert. Und da musst du dir einfach auch Gedanken machen, wie sehen da die individuellen Antworten aus? Also brauchen wir da Team-Events? Brauchen wir, ist das eine Führungsaufgabe? Muss das in die jährlichen Beurteilungen rein? Müssen sich vielleicht die Führungskräfte halt auch mal mit ins Feld bewegen oder an die Hotline einsetzen, dass die das mehr sehen, wie die Leute wirklich jeden Tag interagieren? Unterschiedlichste Möglichkeiten, aber du musst dir eben Gedanken machen, wie sieht die Lösung für uns aus, dass wir da die ganze Mannschaft mitnehmen, damit wir da ein gemeinsames Mindset entwickeln, wo wir hinwillen. Also quasi so diesen Nordstern, den dann alle vor sich haben, wenn sie sagen, okay, ich komme täglich zur Arbeit, ich habe mein Tagesgeschäft, aber ich mache das alles, um dort hinzukommen. Super. Das war eigentlich schon die perfekte Zusammenfassung fast schon von unserer Folge. Vielen Dank, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben gesprochen über Service Excellence, was das eigentlich ist, was die Ziele davon sind und wie man das nachher auch im Außen, aber auch im Innen, also innerhalb des eigenen Unternehmens auch wirklich erreichen kann, was da dazugehört und was es dafür braucht. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben bei YouTube oder eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify da. Wenn ihr noch Fragen zum Thema habt, dürft ihr das natürlich auch gerne an uns weiterleiten. Schickt uns eine Nachricht, eine E-Mail oder lasst uns einen Kommentar da. Dann geben wir das auch gerne an den Simon durch und er kann es vielleicht noch für euch beantworten. Wenn ihr sonst noch Ideen für neue Folgen habt oder Themen, die euch vielleicht auch rund um das Thema Service noch interessieren, dann lasst uns das gerne wissen. Dann können wir daraus vielleicht eine neue Folge für euch spinnen. Ansonsten vielen Dank nochmal für deine Zeit. Hat Spaß gemacht. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und dann macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du möchtest L-Mobile gerne live erleben? Dann melde dich unter lmobile.com slash Veranstaltung zu einem unserer zahlreichen Online-Events an. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, dann bleibst du immer auf dem Laufenden rund um Digitalisierung und Industrie 4.0. Bis zum nächsten Mal.